In diesem Video geht es darum, wie ich nach zwei Jahren zu der Verwendung von PON stehe und warum ich ausschließlich nur noch Opuntien in PON wachsen lasse. Hi, ich bin Glenn, schön, dass du da bist. Viele von euch haben mich gefragt, wie ich eigentlich das mineralische Substrat PON finde und viel Spaß beim Video. Zunächst erst einmal, das ist PON, beziehungsweise eine Schüssel mit PON. PON ist ein mineralisches Substratmix, der aus Lava, Bims, Zeoliten und Dünger besteht. Der Dünger reicht für drei bis sechs Monate, danach muss man neun Dünger kaufen. Das musst du aber bei mineralischen Substraten im Allgemeinen immer, denn mineralische Substrate geben deiner Pflanze keine Nährstoffe ab. Ich benutze PON schon seit zwei Jahren, also März 2019, auf Empfehlung einer Kollegin, die darin ihre Orchideen hat wachsen lassen und meinte, dass es doch großartige Erfolge für die Orchideen bringt. Und ich dachte mir direkt, hey, ich habe coole Pflanzen, probiere es das doch mal direkt aus. Die erste Pflanze, die ich in PON gesetzt habe, war ein Philodendron biletier. Und weil ich diese Pflanze so sehr liebe und auf Nummer sicher gehen wollte, habe ich eine Pflanze in PON gesetzt und die andere Pflanze habe ich in einen Erdmix für Aronstabgewächse gesetzt. Einfach, um mich ein wenig mit dem Substrat anzufreunden und auch, um vergleichen zu können, wie denn die Pflanze auf die verschiedenen Substrate reagiert. Ich empfehle dir generell, wenn du dich mit einem neuen Substrat anfreundest, dass du erst einmal nur probierst, Pflanzen nach und nach erst in dieses Substrat setzt und erst einmal deine kleinen Lernerfolge erzielst. Denn ich habe zum Beispiel bei diesem Philodendron biletier festgestellt, dass dieser Philodendron gar nicht gut in PON wuchs. Und da begann die ganze Reise mit mir und PON und warum ich inzwischen nur noch meine Kakteen und Sukkulenten in PON setze. Ich konnte nämlich feststellen, dass der Philodendron biletier, der sich in PON befand, langsamer wuchs als die Pflanze in meinem Erdmix für Aronstabgewächse. Und ich habe mich gefragt, woran das liegen könnte. Denn eigentlich ist das mineralische Substrat ein ideales Substrat, um die Wurzeln der Pflanzen mit Sauerstoff zu versorgen und zeitgleich Feuchtigkeit zu spenden. Ich habe mich also näher mit der Pflanze beschäftigt, um herauszufinden, was denn das Problem ist. Das hat mich auch auf meine Reise geführt, wie ich die Rezeptur für PON für mich angepasst habe und inzwischen meinen mineralischen Substratmix verbessert habe und dir sogar noch meine Rezeptur dafür teile und dir auch eine Preisübersicht gebe, damit auch du selbstständig dein mineralisches Substrat zusammenmixen kannst. Diese beiden Pflanzen wuchsen also unterschiedlich. Sie hatten den gleichen Standort, sie waren bei knapp 30 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent, hatten beide die gleiche Pflanzenlampe und ich wollte einfach gucken, was passiert. Der Philodendron im mineralischen Substrat wuchs so viel schlechter und ich dachte mir, was ist denn das Problem? Der Philodendron Beletier kommt aus einem sehr, sehr feuchtwarmen Klima, er lebt an Bachläufen, mag also viel Feuchtigkeit, allerdings auch ein sehr sauerstoffreiches Substrat und ist nicht der größte Fan von direkter Sonne. Im Erdmix für Aron-Stabgewächse wuchs die Pflanze einfach super und ich konnte also ausschließen, dass es die Standortbedingungen sind, denn ich wusste, wie ich die Pflanze pflegen soll. Ich konnte also feststellen, dass das Substrat das falsche Substrat ist und ich habe mich damit beschäftigt, warum eigentlich PON für viele Pflanzen beziehungsweise für viele Philodendronen oder Monsteras auch nicht das richtige Substrat ist. Wenn du dir diese beiden Substrate anguckst, kannst du hoffentlich einen kleinen Unterschied feststellen. Das ist das handelsübliche PON und das ist die selbstgemischte Variante. Denn ich konnte herausfinden, dass der Philodendron Beletier die Feuchtigkeit des PONs sehr, sehr schätzte, doch ist normales PON einfach zu fein und das führt dazu, dass du sehr, sehr feuchte Erden hast. Natürlich hältst du auch die Trockenphase ein, das ist besonders wichtig, bei mineralischen Substraten das Wurzelwachstum anzuregen, doch trotzdem wuchs die Pflanze in mineralischem Substrat langsamer als im Erdmix für Aron-Stabgewächse. Nach vielen Überlegungen und Recherchen hatte ich die Lösung. PON ist zu klein und ich muss die Partikelgröße des PONs erhöhen. Umso größer ein Partikel, desto weniger Feuchtigkeit kann es speichern. Ich kannte natürlich die Zusammensetzung von PON, Zeolite, Bims und Lava. Ich habe mir also angefangen, alle möglichen Bestandteile selbstständig zusammenzukaufen und angefangen zu mixen. Ich zeige dir einmal die Einzelbestandteile von PON. Zum einen ist das Bims. Vielleicht kennst du das, weil man sich damit ab und zu die Hornhaut von den Füßen entfernt. Für alle, die ein Pool haben oder ein Aquarienfilter, Zeolite kennt man auch daher. Sehr beliebt im Winter als Salzalternative ist auch Lava-Granulat. Das sind also die Ausgangsstoffe von PON, wobei natürlich bei PON noch der Langzeitdünger mit drin ist. Am Anfang habe ich mir einfach nur das PON selber zusammengekauft und dabei darauf Wert gelegt, dass ich ungefähr eine Partikelgröße von 1 bis 4 mm einhalte. Das ist die Größe, die auch PON hat, wobei PON, finde ich, unter den 4 mm ist und eher im Bereich zwischen 1 bis 2 mm Größe rangiert. Was ich also jetzt machen musste, damit meine Pflanze in dem mineralischen Substrat besser leben kann, Ich muss die Partikelgröße erhöhen, was mich darauf gebracht hat, auf die Partikelgröße zwischen 5 bis 8 mm auszweichen. Dann habe ich mir die einzelnen Eigenschaften der Bestandteile angeguckt. Zeolite speichert sehr, sehr viel Wasser. Bims und Lava spenden sehr, sehr viel Sauerstoff. Und damit die Pflanze nicht zu feucht steht, habe ich Zeolite in einer Größe zwischen 5 bis 8 und 8 bis 16 mm ausgewählt. Inzwischen benutze ich Zeolite nicht mehr in der Größe 5 bis 8 mm, sondern nur noch 8 bis 16 mm. Das ist die Größe, die du hier auch siehst. Wunderschöne kleine blaue Steinchen. Okay, die sind jetzt gerade noch ein bisschen trocken. Und wenn sie feucht sind, sind sie blau. So sieht so ein Steinchen aus. Die Größe habe ich mir von meinem Erdmix für Aronstabgewächse abgeguckt. Hier benutzt du ja auch einen eher sehr, sehr groben Erdmix. Und das Gleiche habe ich hier auch auf das Zeolite übertragen. Zeolite spendet sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Dadurch, dass ich die Partikelgröße erhöht habe, habe ich immer noch einen Feuchtigkeitsspeicher. Allerdings habe ich das ein wenig minimiert. Lava verwende ich in der Größe 4 bis 11 mm. Das ist ein super Substrat, um auch der Pflanze Halt zu geben. In Hawaii werden sogar viele Philodendren ausschließlich in Lava gepflanzt. Einfach, es ist eine Insel, die aus Lava besteht. Also warum das Ganze nicht auch verwenden? Und habe auch hier wieder eine etwas größere Partikelgröße gewählt. Also 4 bis 11 mm, sodass ich wieder größere Stückchen habe. Wenn du dir mein Video für den Erdmix für Aronstabgewächse angeguckt hast, sind das also meine Pinienrinden-Stückchen oder auch meine Kokoschips-Stückchen. Das heißt, Lava und Zeolite sind die etwas größeren Steinchen. Um den kleineren Anteil abzudecken, habe ich Bims in der Größe 1 bis 4 mm. Das ist dieses Gestein. Und weil ich Bims einfach so sehr liebe und alle Philodendren, die in Bims leben, so großartig wachsen, habe ich auch hier noch den gröberen Anteil von 5 bis 8 mm. Diese mineralischen Bestandteile mische ich im Verhältnis 1 zu 1 und schon hast du deinen eigenen mineralischen Substratmix gemixt. Wenn du besonders viele Pflanzen in PON setzen möchtest, ist auch der Kostenfaktor für dich relevant. Ich habe mir einmal das aktuelle Angebot von PON angeguckt und du kriegst 6 Liter für 7,90 Euro. Du kannst, wenn du in der weiteren Produktbeschreibung unten guckst, du dir das Gewicht angucken, denn Zeolite, Lava und Bims kaufst du nicht in Litern, sondern in Kilogramm. 6 Liter PON entsprechen 5 Kilogramm Substrat. Bims ist der teuerste Bestandteil, wenn du es dir selber mischt und du landest hier bei 29,90 Euro. Lava ist der billigste Bestandteil, 25 Kilogramm kriegst du für 14,95 Euro und Zeolite, 25 Kilogramm kriegst du für 17,90 Euro. Wenn du das also zusammenrechnest und durch 75 teilst, hast du ebenfalls den Kilopreis. Bei PON beläuft er sich auf 1,58 Euro und bei meiner eigenen Mischung auf 84 Cent pro Kilogramm. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass diese große Alucasia PON benötigen würde, würde das relativ schnell ins Geld gehen. Du kannst also, wenn du das selber mischt, ungefähr die Hälfte der Kosten sparen. Zudem kann ich dir noch mitgeben, dass PON nicht für die Anzucht bestimmt ist, denn PON ist vorgedüngt. Junge Pflanzen wollen das nicht. Ich kann dir also nur empfehlen, wenn du PON benutzen möchtest und es mal ausprobieren möchtest, um dich generell an mineralische Substrate vorzutasten. Benutze es für Pflanzen, die bereits ein Wurzelwerk haben, aber für keine Jungpflanzen. Auch wenn PON vorgedüngt ist und man jetzt sagen könnte, okay, 84 Cent versus 1,56 Euro, aber ich kriege doch für 1,56 Euro den Dünger. Naja, auch bei PON brauchst du nach drei bis sechs Monaten Dünger. Deswegen habe ich das in meiner Kalkulation nicht bedacht. Ich würde dir allerdings empfehlen, auch gerade bei mineralischen Substraten immer darauf zu achten. Verwende einen Dünger für Hydrokulturpflanzen, denn normale Dünger haben meistens nur die Ausgangsstoffe, die Dünger benötigen. Bei einem Dünger für Hydrokulturpflanzen hast du hingegen auch noch eine Betonung der Spurenelemente und weiterer Bestandteile, zum Beispiel auch Calcium oder Magnesium. Viele, die mineralische Substrate verwenden, gönnen ihren Pflanzen gefiltertes Wasser oder Osmosewasser. Hier musst du bedenken, dass viele Sachen, die deine Pflanze eigentlich braucht, aus dem Wasser gefiltert werden. Das ist erstmal gut, allerdings musst du sie dann in Form von Dünger zuführen. In der Kalkulation habe ich das nicht berücksichtigt, da für mich PON nach drei bis sechs Monaten eh gedüngt werden müsste. Du brauchst also eh einen Dünger. Und würde ich den Wert vom PON-Dünger noch mit bedenken, wäre das tatsächlich der teuerste Dünger, den du dir kaufen kannst. Und auch wenn ich dir sage, wenn du es dir selber mischt, ist es günstiger, sind das immer noch die besten Bestandteile. Um dir die Arbeit abzunehmen, habe ich mir einfach mal gedacht, ich bestelle alle mineralischen Substrate, die man kaufen kann, teste sie, probiere sie. Und für mich ist immer besonders die Qualität auch der einzelnen Bestandteile wichtig. Ich habe also alles für mal für dich zusammengefasst und unten in der Beschreibung des Videos die Links hinterlassen. Da kannst du dann auch einfach die Bestandteile nachbestellen und musst nicht, wie ich, 25 Kilogramm von jedem mineralischen Substrat bestellen. Das sind auch die Bestandteile, aus denen ich mein mineralisches Substrat mische. Nach der Verwendung von zwei Jahren PON kann ich dir empfehlen, mische dir dein eigenes mineralisches Substrat. Unterschiedliche Pflanzen haben unterschiedliche Ansprüche und du kannst, indem du die Einzelbestandteile zu Hause hast, der Pflanze genau das geben, was sie möchte. Du hast zum Beispiel eine Alokasia, die sehr, sehr groß wird. Füge dem Substratmix mehr Lava hinzu. Lava ist sehr schwer. Du hast eine Pflanze, die besonders feuchtigkeitsliebend ist. Füge dem Substrat mehr Zeolite hinzu. Du hast einen Philodendron, der zwischendurch auch mal schnell austrocknen muss? Verwende mehr BIMS. Und so kannst du für jede Pflanze die Bedürfnisse anpassen. Du kannst auch einfach sagen, wenn du einen besonders großen Topf hast, den du viel füllen musst, benutzt du mehr BIMS. BIMS ist leichter und bei besonders großen Töpfen hast du den Vorteil, dass du damit auch selbst noch den Topf anheben kannst. Du kannst deinen Substratmix also wirklich gut individualisieren und das würde ich dir auch sehr empfehlen. Das kannst du bei PON leider nicht und für 1,58 Euro, also fast für den doppelten Preis, finde ich das sehr unpraktisch. Nach zwei Jahren kann ich dir sagen, dass die Eingewöhnungsphase viel einfacher ist, als man eigentlich immer hört. Bedenke, dass wenn du Pflanzen von Erde in mineralisches Substrat überträgst, das Wasserreservoir für die ersten zwei bis drei Monate nicht gefüllt sein soll. Ich kann dir wirklich empfehlen, wenn du mineralische Substrate verwenden willst, nimm Stecklinge, pack sie ins Wasser, zieh dir Wasserwurzeln und pack sie dann in mineralisches Substrat. Im mineralischen Substrat bildet die Pflanze eh Wasserwurzeln und wenn du die schon vorher hast, ist das viel einfacher. Besonders bei großen Pflanzen würde ich dir empfehlen, gib ihnen sehr, sehr viel Zeit oder pack eine große Tüte um sie herum, um sie vor Wasserverdünstung zu schützen. Du willst also gewährleisten, dass es ihr gut geht. Bei großen Pflanzen ist das schon sehr aufwendig. Ich habe vor wenigen Wochen einen 2,50 Meter Ficus Elastica umgetopft und das war wirklich schwer, der Pflanze dann auch die Feuchtigkeit zu geben, die sie benötigt. Denn für die Pflanze war das erstmal ein Schock. Die war zehn Jahre in Erde, aber ich wollte sie in mineralisches Substrat setzen. Für die ersten zwei Wochen war dann auch eine riesengroße Plastiktüte über der Pflanze, einfach damit die Pflanze die Umstellung gut übersteht. In der Tüte ist nämlich eine hohe Luftfeuchtigkeit und das ist ideal für die Pflanze, sodass sie erst einmal auch noch Wasser bekommt. Wenn sie im mineralischen Substrat ist, ist sie erstmal so, oh mein Gott. Und das möchtest du ihr natürlich erleichtern. Ich würde dir also empfehlen, wenn du Pond verwendest, verwendest bei jungen Pflanzen. Das macht das Ganze deutlich einfacher. Oder verwende Stecklinge, die bereits Wasserwurzeln haben. Die Trockenphase ist besonders wichtig, damit die Wurzeln gesund sind. Viele haben keinen Erfolg mit Pond, denn sie halten diese Trockenphase nicht ein und übergießen ihre Pflanze ständig. Oder sie haben eine zu lange Trockenphase. Das sorgt dafür, dass die Wurzeln vertrocknen und dann bei der nächsten Wässerung auch wieder sterben. Wenn du dir hier unsicher bist, wie lange die ganze Trockenphase dauert, guck einfach regelmäßig nach. Und wenn du zum Beispiel weißt, dass das Reservoir nach sieben Tagen leer ist, nimm acht oder neun Tage, pack dir eine Erinnerung in deinen Kalender, sodass du alle acht bis neun Tage erinnert wirst, deine Pflanze zu gießen und gib deiner Pflanze alle acht bis neun Tage Wasser. Damit du weißt, zum Beispiel in sieben Tagen ist das Wasser weg, dann gibst du eine Trockenphase von ein bis zwei Tagen und gibst dir dann wieder das Wasser. Nach zwei Jahren kann ich dir inzwischen auch auf den Weg geben, Pond ist nicht als ausschließliches mineralisches Substrat gedacht. Pond ist dafür gedacht, dass du quasi die untere Schicht deines Selbstbewässerungstopfes füllst und das Ganze dann mit Erde bedeckst. Das ist eigentlich keine Hydrokultur. In Hydrokultur verwendest du keine Erde. Pond hat diese kleine Zusammensetzung, damit es perfekt das Wasser nach oben führen kann, zur Erde und zur Pflanze. Zur dauerhaften Umgebung ist es viel zu klein und ich habe festgestellt, dass viele Pflanzen die größere Partikelgröße deutlicher bevorzugen. Du kriegst wunderschöne dicke Wurzeln, die einfach viel gesünder aussehen, als würde deine Pflanze im Pond leben. Pond ist zu klein, kann somit zu viel Wasser speichern und ich habe zum Beispiel auch häufig schon gesehen, dass viele Leute Perlite mit in den Pond mischen, um diese Feuchtigkeit auszugleichen. Leider fehlt mir dann hier häufig, dass man überlegt, okay, vielleicht ist das Pond von den Ausgangsmaterialien richtig, aber die Partikelgröße stimmt nicht. Wenn du dir mein Video zum Erdmix für Aeron-Stabgewächse schon angeguckt hast, weißt du, dass du in Erden Hohlräume haben möchtest. Ich habe dir das Ganze auch noch mal in kleine Gläser abgefüllt. Die sind jetzt ein bisschen verkalkt am Rand, aber ich hoffe, dass du es hier unten sehen kannst. Hier sind Hohlräume im Substrat, die mit Sauerstoff gefüllt sind. Und selbst wenn die Steine dauerhaft feucht sind, hast du eine ausreichend gute Sauerstoffversorgung. Hier hingegen hast du sehr, sehr kleine Hohlräume. Das ist natürlich auch schon gut und eine Verbesserung. Allerdings sorgt das wieder dafür, dass du die Pflanze wahrscheinlich im Endeffekt wieder übergießen wirst. Du wirst im Endeffekt damit nicht glücklich sein und du wirst wieder zur Erde gehen und auch nicht glücklich werden. Und was ich natürlich möchte, ist, dass du glücklich mit deinen Pflanzen und auch glücklich mit deinem fertigen Substratmix bist. Warum verwende ich jetzt eigentlich Pond nur noch für Sukkulenten und Kakteen? Ich persönlich finde, das passt super. Es speichert fast gar kein Wasser, wenn es nicht in einem Selbstbewässerungstopf ist. Es nimmt immer noch wirklich ausreichend Wasser auf. Allerdings ist das Verhältnis wirklich sehr, sehr gut. Die Pflanze steht zum Beispiel im Sommer auch auf dem Balkon und zwar so, dass sie ab und zu Regenwasser abbekommt. Ich gieße sie im Sommer gar nicht. Das Pond passt hier perfekt und ich persönlich würde alle meine Sukkulenten und Kakteen in Pond setzen. Allerdings würde ich es nicht verwenden, sobald es in einem Selbstbewässerungssystem ist. Ich habe übrigens auch vor kurzem einen kleinen Test gestartet mit einer Opuntie in einem Selbstbewässerungstopf und freue mich da schon, bald meine Erfahrungen noch mit dir teilen zu können. Die werde ich übrigens nicht in Pond setzen, sondern in meinen eigenen Substratmix, den auch du dir jetzt selbst mixen kannst. Wie sind deine Erfahrungen mit mineralischen Substraten? Wie sind deine Erfahrungen mit Pond? Teile sie mir doch gerne in den Kommentaren mit. Ich würde mich freuen, darüber zu lesen und möchte natürlich auch ein wenig Diskussion starten, dass vielleicht manchmal der Gedanke eines Substrates ganz gut ist, aber man mit kleinen Änderungen das Substrat noch in die Perfektion bringen kann. Ich kann natürlich nicht sagen, dass mein eigener Mix der beste ist, aber nach zwei Jahren kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen, er ist echt gut. Ich bin sehr gespannt, wie du ihn findest. Abonniere doch diesen Kanal, wenn du immer noch guckst, gib dem Video einen Daumen hoch und folge mir doch auf Instagram. Der Accountname ist crazyplantboy. Ich freue mich schon, dich in meinem nächsten Video wiederzusehen. Schreib mir in die Kommentare, wenn du noch irgendwelche Fragen hast und ich freue mich, darauf einzugehen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.